Und es ist wieder 15 Uhr und es ist wieder Evolveszeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und diesmal zocken wir mit dem lieben, na wo ist er? Slim, seht ihr den kleinen, das kleine Insekter, das ist der neue Heiler, den ich auch schon öfters gespielt habe, hab schon fast zwei Sterne bei allen Fähigkeiten. Und der ist echt, der gefällt mir echt, aber jetzt bei den Fähigkeiten die Hose zu leveln, das ist echt schwer. Ja, aber jetzt haben wir drei neue, guck mal hier, erstmal Quo, der Wave Sound ist wieder der Quo und da die Sunny, mit der wir ja vorgestern glaube ich auch schon gespielt haben, ja genau, vorgestern war das. Da haben wir mit der Sunny gespielt, wo wir natürlich verloren haben, war ja klar. Okay, müssen wir in die Richtung. Irgendwo nach, hier ist er geflogen und hört auch schon hier, guck mal, er flattert sogar richtig geil mit seinem Flügeln, das gefällt mir schon mal richtig. Ist er da hergeflogen oder was? Ich meine, er ist in die Richtung, aber okay. Dann rennen wir halt nach hier. Bin mir halt nicht so sicher, ob das die richtige Richtung ist, aber... Ihr wurft da sich schon? Juuuuh. Was ist denn hier für ein... Ah, okay, war doch in die richtige Richtung, geil. Nicht schlecht. Oh, er verliert schon Leben, guck mal, hab ich mal eine kleine Fliege. Mit dem kann ich nämlich... ... ihn auch... ... ein bisschen was... ... äh, heilen. Aber ein bisschen ist gut, schon ziemlich viel. Komm schon, fang ihn ein. Ist er drinne? Ich weiß nicht so genau. Okay, er ist drin. Komm schon. Nein. Ravesound. Komm her. Wiederbeleben. Okay, er wird wieder belebt. Alles klar, Mist. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das kleine... ... der kleine, miese Beermut. Immer der gleiche Gegner. Das... ... ist echt richtig, richtig scheiße. Okay, ich bin schon mal richtig. Weiter geht's. Achtung. Ist er. Ja, gut. Du machst es uns zu leicht. Na? Das war ich. Gern geschehen. So, einer hat schon Leben verloren. Wo ist er? Der Assault. Zack. Kann ich nämlich mal ein Insekt... ... über die ganze Karte, glaube ich, sogar verteilen. Und dann trifft das sogar das Monster. Das ist richtig, richtig geil. Panzergenerationsbonus. Oh, nee. Hat er natürlich so einen Bonus, den wir... ... gar nicht gebrauchen können. Kann er ihn einsperren, oder nicht? Ist er drinne? Kommt her, Leute. Und los, Leute. Diesmal gewinnen wir. Diesmal werden wir gewinnen. So, Heilungsfeld aktiviert. Oh, nein. Bateshound. So. Komm schon. Wo ist er? Wo ist er hin? Hinterher, hinterher, hinterher. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bitte nicht sterben. Es holt. Komm schon. Eben wieder beleben. Und los, komm. Schnell hinterher. Hinterher, hinterher, hinterher. Du darfst dich nicht fressen, okay? So. Und schnell hinterher. Sunny, ey. Du bist echt die Geilste. Ganz ehrlich. Und jetzt Schaden drauf. Los. Leute, 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 Leute. Verdammt. Pannele, der stirbt gleich. Aber ich kann ihn gut heilen mit meiner Heilungsbrunde. Da ist er weg. Durch das Wasser, da habe ich echt keinen Bock. Okay, ist ja gar nicht so hoch. Gut. Da haben wir ihn. Ich kann hier unten durch. Hast du ihn gefangen? Ja, ich weiß nicht, ob er drin war oder draußen. Komm schon. Ihn auch eben schnell heilen. Ich glaube, da sind alle... Ah, nee, der Support muss auch noch. Und ich natürlich. Wir sollten keine Konkurrenz. So. Das Volt ist fertig. Jetzt noch er. Da ist er. Hinterher, hinterher. Ich will Spaß, ich will Spaß. Da haben wir ihn. Nein. Nein. Och, nee. Ich bin kaputt. Verdammt. Ey, er solltet, hilfst du uns bitte? Puh, noch geschafft, ey. Krass. Puh. Gut gemacht, ey. Boah. Wir sind alle unsichtbar. Hinterher, hinterher. Schüssel, schüssel. Hinterher, hinterher. Ah, das war gut gemacht. Das war gut gelöst. Muss man halt außen rum jetzt laufen. So, und wo ist er hin? Ja, Leute. Ja, Leute, wer auch gerne mit euch mitspielen möchtet. Ihr könnt gerne sich melden und mit uns zusammenspielen. Wir machen halt auf Playstation 4. Spielen wir halt. Nicht auf Computer. Nein, auf Playstation 4. Seht ihr ja auch unten rechts. An der Tastenbelegung. Ah, okay. Da vorne ist er. Hinterher, hinterher. Oh, Wavesound. Kriegst du ihn? Ah, jetzt habe ich glaube ich einen Jetpack. Ja, Mist. Geht auch so noch. Und komm, auf die Brücke drauf. Gut. Puh. Das haben wir noch geschafft. Ah, 1, 2 kamen wir schon mal. Mist. Wavesound hat sogar schon 2. Krass. Naja, das. Ich würde dich glatt können. Wenn er jetzt noch einmal stirbt, dann ist er ganz weg. Mann. Können wir jetzt nicht hier wieder. Fühlst du dich besser? Das war ich. Ja, geschehen. Hinterher, Leute. Jetzt haben wir keine Zeit zu verlieren. Okay. Ich fange ihn ab. Ich fange ihn ab. Ich fange ihn ab. Dann müsste mich gleich hier irgendwo herrollen. Oh, der ist er. Oh, der ist er. Nein. Nein, nein, nein. Hat er nicht mal was gemacht. Und der gewinnt. Und der gewinnt schon wieder, der scheiß BMO-Mod, ey. Nichts. Nee. Nein, nein, nein. Können wir nicht lieber den ganzen Planeten asfaltieren? Denn wir müssen noch vereinfachen. Wir müssen viel besser. Danke. Oh, oh, Wave Sound. Nein, du bist gleich tot. Nein. Er ist ganz tot. Nein. Ich bin tot. Das war gut. Warum bin ich nicht weggerannt? Ich Idiot. Kann er mir helfen? Er ist Hüslag. Warum hüssten wir nicht? Äh, okay. Er rennt weg. Super. Wenn du weg. Aua, aua, aua. Frisst er mich jetzt? Ja. Super, dass du mir hilfst, Sunny. Er ist Phase 3. Und jetzt schnell schon Stromrelease, damit wir uns da vorbereiten können. Das wäre nett. Nein. Junge. Oh Gott. Alter, krass. Yo. Du bist fast tot. Super gemacht. Echt nicht. Nicht schlecht. Hoffentlich greift es der Stromrelease nicht an. Bis wir kommen. 200 Meter, okay. Vielleicht kommt er jetzt noch nicht. Aber wir sind jetzt unterwegs. Wir kommen jetzt in 3, 2, 1 und Landungsschiff. Bitte kommen. Drohne 3, 2, 6. Mach deinen Job. Vogelalarm. So. Wir gehen runter. Auch cool mit Slim. So mit seiner Zigarette im Mund. Als Insekt. Äh, wirklich geil. Da ist er. Schnell heilen gehen. Komm, den Vogel in die Hand. Zack. Und das sind ganz sicher wir, denke ich mal. Also er frisst sich jetzt gerade ein Schild an. So, dass wir ihn gar nicht mehr besiegen können. Das ist schon mal super. Also denke ich mal, dass wir keine Chance haben gegen ihn. Dann kann man da vielleicht irgendwie hochlaufen, war das Teil. Also ich muss gerne mal ausprobieren. Er kann mich da oben nicht kriegen, denke ich mal. Das war nichts. Ich sollte mir mal ein Schild besser aufsparen, denke ich mal. Okay, er ist da. Wo auch immer er ist. Wer, Mord, wo bist du denn? Nein, er ist hinter mir her. Verdammt, verdammt. Yo, super. Pot tot. Genial. Einfach nur super. Naja, was hätten wir machen können? Ja, Marco, Rolf, habt ihr überhaupt Schaden jetzt gemacht? Ich habe gar nichts hingeschaut, wirklich. Oh, hat er ihn angezogen? Verdammt. Oh. Die Arena ist gleich weg. Verdammt. Verdammt. Wow Boah, der hat ihn beinahe mit seiner Zunge erwischt Er kommt hinter dir her Nein, Wavesound Das war's Scheiße Wieder die Runde verloren, das gibt's nicht, ey, Mist Ja, das war dann wieder eine neue Folge von die Wolf Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Bis zum nächsten Mal, ciao